Es ist unglaublich. Am helllichten Tage ornaniert ein Mann auf offener Straße. Er belästigt Frauen und galt sich förmlich daran auf, wenn diese an ihm vorbeilaufen. Anwohner beobachten den Mann, fotografieren ihn und noch am selben Abend kann die Polizei ihn festnehmen. Was ihm droht und Einzelheiten zu diesem widerlichen Fall aus Köln kennt Chris Kocher. Die Hose unten, seinen Penis in der Hand. So spielt er schamlos an sich herum, mitten in einem Kölner Wohngebiet. Drei Frauen belästigt er so, darunter sogar eine Mutter, die mit ihrer siebenjährigen Tochter unterwegs ist. Leckt sich über die Lippen, deutet mit Hand und Mund sogar Oralverkehr an. Das alles passiert direkt vor der Haustür von Susanne Mierbach. Für die Mutter von zwei Töchtern ein absoluter Albtraum. Der Gedanke, wenn sie dann nach Hause käme und mir sowas erzählen würde, hätte ich natürlich tagtäglich auch Angst, dass dieser Mann wiederkommt oder einem nochmal begegnen kann und sie würde dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr rausgehen. Ja, ich hätte richtig viel Angst und wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und den Mann sehe, dann würde ich weglaufen. Der Täter, ein Flüchtling aus dem Iran, von Polizisten gefasst und vernommen, mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Denn Haftgründe würden nicht vorliegen, so die Polizei. Für den Wiederholungsfall bitten wir entsprechend Geschädigte umgehend uns zu alarmieren. Wir werden dann auch genauso unverzüglich die entsprechenden und erforderlichen Maßnahmen treffen. Der Tatbestand eine exhibitionistische Handlung. Dem Iraner droht eine Haftstrafe bis zu einem Jahr. Er könnte aber auch lediglich mit einer Geldstrafe davon kommen. Direkt abgeschoben werden kann der Flüchtling aber nicht, erklärt uns heute Strafanwältin Kerstin Fabian. Eine Abschiebung wird ja gar nicht vom Strafrichter vorgenommen und das wird natürlich genau geprüft, inwiefern eine Abschiebung im Raum steht. Das kommt natürlich auch darauf an, aus welchem Land derjenige kommt. Und das ist ein ganz anderer Behördengang, der dann geprüft werden muss, der dann auch länger dauert. Susanne Meerbach will deswegen ihre Töchter in Zukunft nicht mehr alleine rausgehen lassen. Uns erzählt sie, zur Not würde sie die beiden sogar überall mit dem Auto hinfahren. Um ihnen solche Bilder zu ersparen.